Freunde Jo zusammen und herzlich willkommen zu Spongebob Snedcorp und Katze und Mie. Ey. Wow. Ey komm, das war jetzt ja wohl nicht so schlecht. Ich bin in einem. Wo sind die Raumschiff hin? Ich bin ein Wandschrankkater. Da vorne. Was ist passiert? Hallo. Oh nein. Ich bin in der Wand. Hallo. Da ist ne Lasagne auf dem Tisch. Nein. Du bist da reingegangen. Es steht bedreht wie verboten. Was ist denn das? Ich bin nirgends aus. Das ist nur für noch Sarah. Du bist eine Katze. Au. Ich hab dich mit einer Lasagne geboxt und ich würd's wieder tun. Ich hab die Lasagne hier zur Sicherheit hingelegt. Ach so. Zur Sicherheit. Nein. Also, wir haben gestreamt, es hat sich wieder einiges verändert bei uns. Aber Leute, wenn ihr die Streams immer wieder verpassen solltet, dann schaut doch bitte einfach einmal zum einen bei mir nach der Glocke. Hab ich noch nie gesagt. Könnt ihr gerne mal machen. Ähm. Und bei Miri und Blauli könnt ihr gerne mal die Twitch-Kanäle followen und auch natürlich da die Glocke aktivieren, damit ihr eine Stream-Einkündigung, falls ihr eine machen, nicht verpassen würdet. Oder aber ihr guckt einfach die Streams bei YouTube nach. Bei Katze oder Miri oder mir. Wir laden die hoch. Ja. Also, ne, falls ihr meint, ihr hättet was Dramatisches verpasst. Aber Fakt ist, der letzte Stream war einfach nur zum Verpassen gemacht. Also, im Prinzip haben wir nichts Effektives gemacht. Ich habe ein bisschen größer die Baumfarbe gebaut, Katze. Wir haben nichts Effektives gemacht. Ich habe meine Küche hier rein verlegt. Das Raumschiff ist weggeflogen. Ich habe das Raumschiff abgebaut, für nichts effektiv gemacht. Jetzt ganz kurz. Gucken wir uns das da vorne an. Wir haben jetzt eine Wutform, die uns Eisen generiert. Nein, Miri, nein, 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 nein. Die sehr viele Stacks Eisen schon fertig hat für uns. Hier unten wird passiv Strom generiert. Dann habe ich, wie gesagt, den Graben hier hinten erweitert und das Flugzeug abgerissen. Ja. Oh, hi. Warte, wo bist du bei deinem Rundgang? Ich gucke zu. So, hier. Das ist der Graben. Oh, hör auf! Ich glaube, ich habe gerade etwas Wertvolles weggebrochen. Weiter, Katze. Hör doch mal jetzt! Ey, jeder geht mir so auf den Sack schon wieder! Komm schon, stirb, stirb, stirb! Nein! Ich fall direkt auf den Stachel. Verdammt! Ja, dann muss es jetzt die Bratpfanne sein. Oh, ich wollte mich mit dem Wurfstern töten. Wir haben noch eine Aufgabe aus dem Stream mitgenommen. Baloui muss während unseren Aufnahmen noch zweimal sterben. Ich habe mir den Kugelschreiber zerbrochen. Oh, was? Aggression. Ja, hallo, I bims Baloui. Ich mache Schreibutensier kaputt. Wenn ich morgen nicht mehr melde, dann bin ich so zerbrochen wie der Kugelschreiber. Ich stelle mir das gerade so vor. Sonne in der Mitte zerrissenes Nachtara irgendwo in der Ecke. Alter Schwede, ey. Wie bluten Nachtaras? Grün. Grün. Blau. Blau. Ich habe zwei verschiedene Farben. Blau. Ich habe zwei verschiedene Farben. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt Schiene? Was ist denn jetzt wirklich wahr? Ich habe doch nur den ganzen Scheiß aus dem ME rausgeräumt. Ja, du machst das auch sehr gerne. Aber das Problem ist, der Stefan BO4 Halb hat dafür gespendet. Und der hat natürlich auch eine Lieferung zu erwarten. Moment, der hat von der Ewigkeit davor. Aber du kannst ja nicht so nachträglich die... Halt, stopp! Er hat gesagt, er möchte, dass ich dich in Aufnahmen noch zweimal umbringe. Das wurde nicht im Stream erfüllt. Ach, leck mich doch. Das ist ja mies. Jetzt hier auch noch für die Aufnahmen irgendwas da doch... Das habe ich sogar vorgelesen. Er hat es komplett ignoriert gehabt. Ja, ich glaube auch. Da ist Unkraut in meinem Garten auf meiner Wiese. Ist das Salat? So, wisst ihr, was ich jetzt gebaut habe? Da steht irgendwas mit Enderlily dran. Keine Ahnung. Ich habe jetzt eine Turret-Base-Scheiße. Das ist ja nur eine Base. Ja. Eine Turret-Base. Die sagt die ganze Zeit Arsch, Arsch, Arsch. Wir können Abwehrgeschütze bauen gegen diese Mobs. Ja, und dagegen uns. Ja. Das funktioniert auch. Hoffentlich. Hoffentlich. So, wir brauchen einen weiteren Wut-Altar. Wut, Wut! Nein, brauchen wir nicht. Was? Und zwar müssen wir etwas eliminieren, was wir so oder so gar nicht haben momentan. Und dafür brauchen wir einen Stufe... Ich glaube, die manche Worte verletzen. Zum Beispiel töte ihn. Ah. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5, oder? Ja, dann ist das hier Stufe 3. Dafür brauchen wir Blaze Powder. Das kriegen wir problemlos hin. Dafür brauchen wir aber noch ein bisschen was hin. Dafür brauchen wir Redstone. Wir brauchen Redstone im Allgemeinen. Und das ist das Problem, wir haben keinen Redstone. Wir müssten jetzt wirklich mal eine größere Ladung Redstone irgendwo herbekommen. Dafür müssen wir Dinge sieben. Und zwar Dust. Dafür müssen wir Dust bekommen. No Mesh. Das Ding ist jetzt voll. Es hat keinen Mesh mehr. Gibt es nicht diese Redstone-Lineen? Ach du Scheiße. Und ich dachte, ich krieg diese Gun Turrets mal eben gebaut. Und? Wenn nix ist. Da hab ich so viel Electric Steel für. Das ist doch nicht mehr okay, Mann. Ach so, genau. Das hab ich auch noch. Ich hab noch fünf davon. Die werden wir hier noch später einsetzen. Und wir müssen die Farm hier unten noch fertig bauen. Aber? Vorher brauchen wir, müssen wir mehr Redstone haben. Also, für das Redstone, es muss doch eine effektivere Möglichkeit geben, an Redstone zu kommen Katze. Die gibt es definitiv. Auch über den Wut-Altar. Aber, dazu bräuchten wir einen Witch-Altar. Echsen zu finden wäre nicht das Problem. Aber, ich brauche Redstone, um den Altar überhaupt zu bauen. Ab dem Moment haben wir keine Probleme mehr mit Sticks. Ähm. Glowstone, Redstone, Spinnenaugen, Sugar, Glasflaschen. Das bekommen wir alles von ihr dann. Von der Witch-Farm. Alles von ihr? Jo. Äh, Witch. Mhm. Mhm. In Dungeons ist das Zeug im Übrigen auch. Ja, das Problem ist... Achso, wir haben eine Mien-Schacht unter der Base gefunden. Ähm. Hier, Miri könnte auch einen Villager machen. Ja. Wie einen Villager? Hä? Sie könnte einen Villager spawnen, der das handelt, habe ich gesehen. Das gibt's auch. Ist das immer als Miri ein Spawn-Ei ge... Na, können wir versuchen. Nee, es gibt eine Quest-Extra für Villager. Ja. Und es gab keine für Hundi? Ähm... Weiß nicht. Warte. Best. Ö. Achso, eine Sache, eine Sache... Creating Life, guck mal, da gibt es Villager. Ah, Luis, sag mal was Schlaues. Du musst mir los auf Emerald. Einmal eins ist zwei. Ich hab ein Wolf! Jetzt hab ich ein Wolf. Das hab die Quest gemacht. Hier, jetzt hast du zwei Wolf. Hier hast du drei Wolf. Wuhu! Soll ich Ihnen auch ein Gehege machen? Ja. Nö. Okay. Ja, solange du sie nicht gezähmt hast, würde ich sie in ein Gehege tun. Danach kannst du sie rumlaufen lassen. Nachher fallen sie noch irgendwo rein. Ja, das kann passieren. Dann musst du sie halt Indoor-Hundis machen. Achso, du hast versucht den Sterling-Generator zu machen, oder? Nee. Nicht? Okay, dann mach ich den kurz. Ähm, ja. So, 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 so. Dann mach ich jetzt mal weiter bei der Quest. Ah, was haben wir denn hier? Wooden Storage-Crate. Ja, das klingt, als wenn das easy wäre. Oh, nur noch mal vorankommen hier. Wooden. Gut, dass das nicht schon jetzt. Storage. Sterling-Generator. Fertig. Oh, und was bringt dir das jetzt? Ah, wir brauchen einen. Ah, wir brauchen 20. Ich muss den wieder auf den Boden legen und wieder aufsummeln und hammern. Wie kriegt man dieses Treaten-Wood-Holz-Zeug? Hä? Wow. In der Quest steht eins. Ey, es gibt noch einen zweiten Task? Ach, einen Combustion-Generator soll ich auch noch bauen? Okay. Ach, ja. Du musst doch mal aufpassen hier ein bisschen, ne? Einen hab ich noch, Baloui. Einen hab ich noch. Wollt ihr auch Wölfe? Ja, ich nenne meinen Günther. Dann musst du ihn dir zähmen. Nein, das war jetzt nicht der Deal. Dann zähme ich ihn mir. Nein, das ist auch nicht der Deal. Also? Wie also? Also? Katze, wie kriegt man Treaten-Wood-Woods? Wie krieg ich Zereosote-Eul? Wir haben das schon. Ja, aber woher? Wie? In dem Bless-Town ist hier. Guck mal. Was? Der Coke-Oven. Der hat passiv schon unglaublich viel davon generiert, deswegen jage ich da die ganze Zeit Sachen durch. Achso. Hier, ich hab Knochen für jeden von euch, wenn ihr Hunde wollt. Bist du ein Hund? Ich will kein Hundi, nein. Du bist eine Katze, du willst kein Hund, okay. Das ist nicht deswegen. Ich bin kein Rassist. Ich mag einfach nur keinen Hundi haben. Willst du einen Hund? Ja. Oh, dann muss ich ihn jetzt töten. Tut mir leid. Wenn ich dich dann das nächste... Das ist noch das zweite für Stefan. Stefan, damit ist das erledigt. Lauli, wenn ich dich sonst angreifen würde, während dein Hund schon gezähmt ist, dann würde der mich angreifen, weißt du? Ach, deswegen, ja. Das kann man natürlich verstehen, dass du mich deswegen getötet hast. Das ist völlig... Es war Notwehr. Du warst sehr, sehr angsteinflößend. Ja. Du warst... Arsch. Kann ich bestätigen. Ich war ein Arsch anscheinend. Ja, nicht anscheinend. Unser Publikum möchte heute lieber unerkannt bleiben, deswegen sitzt es hinter der Schattenwand. Warte, ich habe eine neue Taste gefunden. Die habe ich vorhin schon gemacht, wo ich zu dir gesagt habe, sag mal, was schlau ist. Es funktioniert bei mir nicht mehr. Du darfst nur nicht im Inventar oder was auch so sein. Ich bin nicht im Inventar. Und dann musst du K drücken. Ja, es funktioniert nicht. Vielleicht geht das nicht wegen dem Drachenkopf. Es geht nicht. Das ist witzig. Nein. Es tut mir leid. Das ist halt der Bullshit des Jahrhunderts. Das hat halt gar nichts damit zu tun. Deine Idee hat leider nicht funktioniert. Auch wenn ich es mir für dich gewünscht hätte. Oh Mann. Dieses Essen hier macht mich wahnsinnig. Ich finde es mittlerweile einigermaßen. Wo ist dein Hund, Sam? Wo ist der Hund? Hier im Gehege. Hallo Undi. Meiner haben schwarze Halsbänder. Iron Kolders Silicon. Meiner hat rot. Ich weiß. Wie kommt das? Weil ich meine eingefärbt habe. Achso. Hier bitteschön. Hallo Undi. Du weißt Günther. Hallo Günther. Die wohne jetzt hier. Die Lilly sind im Übrigen noch kein bisschen gewachsen. Du weißt, dass die auf Sand wachsen muss, ne? Was? Nee, muss sie nicht. Auf Sand kannst du sie nicht mehr platzieren. Nicht? Oh. Soll ich Bone Meal drauf machen? Das funktioniert nicht. Nein, das funktioniert leider nicht. Es verbraucht nur das Bone Meal. Warum? Ich weiß nicht, dass es nicht funktioniert. Warum? Ja, weiß ich nicht. Was ist los mit der Ender Lilly? Ich weiß noch nicht mal, was ich brauche. Heurio. Achso. Storage. Ich bin nervst. Heurio. Erste selber, ne? Heurio. Heurio, ich bin Katze. Heurio. Wie kriege ich denn dieses scheiß Streetenwood? Indem du jetzt da eine Flasche von dem Ding dazwischen haust. Nee, funktioniert eben nicht mit den Fläschchen. Das funktioniert nur mit Eimern. Nee, tut's nicht. Doch. Oh Gott. Wo sind die Fläschchen? Okay, geht doch so. Aber geht nicht in der automatischen Crafting-Menü. Aua, die kann da doch nichts führen, wenn das nicht von alleine funktioniert. Weiß die in die Fressbrettkante, ey. Ja, was soll ich denn? Es steht die ganze Zeit da, die kann nicht benutzt werden. Ich habe eine Quest fertig. So, sei stolz auf mich. Gibt es da eine Loot-Chess? Weiß ich noch nicht. Nein, es gibt nur Storage-Creats als Belohnung. Das ist echt bitter. Ähm. Wie ist das denn, was ich gebaut habe? Was sind denn diese Storage-Creats? Sind die cool? Ja. Toll. Das sind ganz normale Host-Dinger. Hast du gerade eben für dein Crafting-Rezept ein Machine-Chassis verwendet? Nein. Oh, ich habe es gar nicht gecraftet gehabt. Alles gut. Ja, was bringt denn das? Guck mal, Katze. Erzähl mir mal, was der Vorteil ist von dem Reinforced zu dem Normalen. Ja. Ähm. Warte mal. Wo kommt der denn hin? In die Wüste. Nein, was machst du denn da? Das eine ist explosionssicher. Du mein Scheißmann. Was? Was habt ihr getan? Er hat das gesprengt. Er hat eine Kiste gesprengt. Aber wie drauf? Ja, weil eine normale Kiste ist nicht explosionssicher und die verbesserte ist explosionssicher. Und weil du es aber in der Base ständig Kisten um die Ohren fliegen, ist das total sinnvoll. Oh Mann. Kannst du eigentlich eine Quest fertig machen? Da gibt es ein Lebenskristall. Blutscher Ende. Nein, ein Lebenskristall. Da hast du jetzt endlich deine volle AP. Oh, boh. So ist es. Was war denn das? Welche Quest? Sterling Zeugster. Blauli. Hm? Ja, ich habe die zwei noch bekommen. Ich habe gerade eine gesprengt. Zwei kriegst du zurück. Ich will die gar nicht. Wie dumm. Warum soll ich mir so eine verkackte... Ich fand das gerade gut mit dem Experiment ohne Schmerz. Hast du es gewusst oder hast du es nur geahnt? Ich habe es geahnt. Okay. Ich hätte es auch einfach beides kaputt gemacht. Das wäre mir egal gewesen. Ich meine, die Dinger nützt ja nichts. Männer. Männer müssen sich auch kaputt machen. Okay. Gut zu wissen. Immer. Warum sagt mir das denn keiner, Mann? Was denn jetzt schon wieder? Na, dass wir das Sagen kaputt machen müssen. Ich mache das immer falsch, Entschuldigung. Ach ja. Bei Basic Survival, ne, haben wir immer noch nicht die Schleimrüstung im Übrigen fertig. Was für eine Rüstung? Die Schleimrüstung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da noch rechts weitergeht. Aber ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Habe ich nicht eine Sache davon sogar rausbekommen? Die Jellet Schleim Chestplate und die Leggings. Aber wir können sie nicht bauen. Aber ich habe die Schuhe. Ach, die haben wir schon. Aber die. Aber wir haben ja noch acht Sla... Äh, drei. Fuck. Ja. Dafür musst du halt diese scheiß verätzten Blätter schneiden und sieben, damit das Zeug ausgeht. Miri, du musst mal bitte ein Gehege für Villager bauen, okay? Ein Gehege für Villager. Hier, wir haben jetzt ein Villager-Ei. Und ich hoffe, die anderen haben es bekommen. Können wir eventuell mal das Spawn Horse fertig machen? Warum? Keine Ahnung. Mach mal ein Gehege für Villager. Wie groß soll es denn sein? Weiß nicht. Zwölf. Ihr müsst auch die Quests euch abholen dann, ne? Also, dass die Quatties... Vielleicht handeln die Villager irgendwas Geiles. Ja. Kannst du. Egal. 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 Wie groß. Mach doch 3x3, 4x4. Irgendwie so wie die Wölfe. So. Wir haben nicht genug Redstone für das, was ich machen will. Ja, ist doch super. So. Guck mal hier. Hallo, hallo Günther. Oh, ich habe einen Alchemisten bekommen. Der handelt für Potion of Water Breathing, Night Vision. Ja, hört sich fair an. So ein Penner. Ach, Mann. Dann hol du mal deinen Villager. Ach so, wo bekam ich denn den her? Wo ist so ein Villager? Ah, da hier. Okay, mein Villager. Der wird viel besser als deiner. Das ist ein Villager. Ein Shady. Oh, der handelt aber Block of Diamond. Guck mal, 8 Emirates für einen Block of Diamond. Das ist doch schon ganz okay. Findest du wirklich, dass das okay ist? Ja. Finde ich halt jetzt nicht so. So. Das hat also auch nichts gebracht. Doch, Katze hat noch mal einen. Wir haben doch noch einen. Ja. Was denn? Ach, der Villager war zum Spawn. Ja. Ich habe den jetzt verbrannt. Ja, ja, bestimmt. So wie mein Wolf. Bei einem anderen. Ja, die Geschichte zeigt, Katze lügt bei sowas nicht. Wir haben nichts Mäsche über dich, äh. Unsere Trenz. Wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit, Redstone. Können wir das mit dem Juju Matters machen? Ich werde dir ins Gesicht treten. Ja, sehr stark ins Gesicht treten. Was müssen wir denn machen, damit deine blöde Wutfarben da Tier 8 wird? Wir brauchen halt ein bisschen das Tier 8. Das Ding ist im Übrigen randvoll. Nur so zu Info. Was ist randvoll? Deine Farm hier. Ja, da müssen wir mal einen Teil rausnehmen. Ja, mache ich ja auch gerade. Soll das vielleicht ein bisschen früher anfangen, das zu machen. So, was für eine Quest soll ich abgeben? Die Villager. Die Villager. Boah, ey, Junge. Hör doch, du bist ja wie Early Boy. Hä? Der hört auch nie zu. Ich habe das, äh, die... Unter Creating Land. Ah, jetzt. Das ist ja in der Ewigkeit keine mehr claimen können von denen. Wir sind immer automatisch in der Welt. Ja, so, ja. Ach so, ja. So, wo muss ich denn hinspornen? Da, hier, komm, hier hinten hin. Hier, hier, hier. Ach da. Hier hinten muss der Günther rein. So, der ist jetzt krass. Ein Priester. Ein Priest. Oh, der gibt uns eine Range. Wow. Warum? Die Range ist geil. Ja, nein. Hast du noch Emeralds? Nein, muss ich jetzt holen. Ich hol. Ich bin schneller als wie du. Und was hast du davon jetzt so? Wir haben jetzt übrigens auch Schafe. Ja. Könnt ihr auch holen, die Quest. Ach so. Ach so. Hallo. Hallo, hast du ein Gehege? Nein. Das ist gut. Muss ich noch holen. Aber die Folge ist auch schon zu Ende. Ach so. Oh. Wo ist der Schieb? Da. Claim. Wer, wer, wer muss denn? Ich nicht. Ach so, doch, ich doch. Ja, wir hoffen, euch hat die Folge sehr gefallen. Und ich komme morgen wieder. Dann gibt es die nächste Folge. Guckt bei Miri und Katze vorbei. Und bis dahin bleibt schön. Guckt, guckt alles, guckt in der Gegend rum. Und vor allen Dingen bleibt schön feurig, ne? Hier Miri ist dann dein Schlaf. Bleibt schön feurig, jo. Feurig hier. Mau, mach gut, mau. Tschüss. Throw your cranes out.